Sie hat dir heute 8 Tricks mitgebracht, die dir das Sprechen auf Englisch leichter machen. Du lernst how to speak. Diese Tricks wollen wir uns jetzt mal ansehen. Komm mit, let's go! Wenn man eine neue Sprache lernt, ist das Schwerste, das Sprechen zu lernen. Man hat Angst, etwas falsch auszusprechen, die falschen Wörter zu benutzen. Eine fremde Sprache zu sprechen ist am Anfang wirklich komisch. Heute wirst du aber ein paar Tricks kennenlernen, die dir das Sprechen leichter machen können und bald ist das dann auch gar kein Problem mehr. Und das hilft dir beim Sprechen. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com onzeptiver.com Vielen Dank.